DVB-T2 HD. Fragezeichen bei Ihnen? Bei mir auch. Ist neu. Gibt's seit ein paar Tagen, sollten wir aber Bescheid wissen, deswegen haben wir Andreas Reinhardt eingeladen. Ich grüße dich. Hallo. Du weißt, was es ist und zwar? Und zwar, DVB ist ja die digitale Videoausstrahlung, Digital Video Broadcast. T steht für terrestrisch, also für das, was durch die Luft kommt, über die Antenne. T2 ist das neue, der Nachfolger von T. Und HD heißt, das digitale Antennenfernsehen kann jetzt auch HD. Also es ist eine neue Empfangstechnik, damit wir tolle Bilder auch sehen über Antenne. Und losgegangen ist das schon vor ein paar Tagen. Vielleicht hat es der eine oder die andere schon gemerkt in sogenannten Ballungszentren. Das heißt, es gibt es noch nicht in ganz Deutschland, soll aber bis nächstes Jahr dann überall sein. Also es hat angefangen, ich habe mal eine Karte mitgebracht, es hat angefangen hier in diesen Ballungszentren, das sind so zwölf Ballungszentren ungefähr, in diesen größeren Städten ist es schon zu empfangen seit 31. Mai. Im Moment sind es erst so fünf, sechs Programme, später werden es bis zu 40 Programme sein, die man dann auch in HD empfangen kann. Es sind viele Öffentlich-Rechtliche dabei, es sind auch Private dabei. Und bis, also im März 2017 wird das alte DVB-T-Signal abgeschaltet und bis Mitte 2019 ungefähr werden dann auch noch hier die anderen Flecken aufgelöst. Hast du eine Ahnung, wie das quantitativ ist? Ich glaube, dass viele Menschen doch über Satellit oder Kabel gucken. Also für wen ist das überhaupt entscheidend? Es ist für alle die entscheidend, die eben sagen, ich habe vielleicht einen Zweitfernseher, ich bin vielleicht irgendwo unterwegs, ich habe ein Notebook und habe hier eine kleine Antenne dran und einen USB-Stick und schaue damit auf dem Notebook. Oder ich habe einen Zweitfernseher, ganz oft ist DVB-T ein Zweitfernseher und habe hier ein kleines Empfangsteil, wenn es nicht eingebaut ist, schließe es an den Fernseher an. Aber die allermeisten, da gebe ich dir recht, etwa so knapp die Hälfte Kabel und knapp die andere Hälfte über Satellit und so ein paar Prozent sind noch übrig für die Antenne. Dann schauen wir uns die technischen Geräte an, die man braucht. Du hattest schon angedeutet, dass man das alte DVB-T, also das, was wir bis jetzt noch hatten, dann nächstes Jahr obsolet ist. Das heißt, es muss, wer weiterhin DVB-T, ich gucke nochmal DVB-T gucken will, sich ein neues Gerät, nämlich so ein kleines Kästchen, zulegen. Also diese kleinen Kästchen, die Zusatzkästchen kosten zwischen 30, 50, 80 Euro, je nachdem, wie groß, was die alles können sollen. In den modernen Fernsehern ist das ganz oft mit eingebaut. Aber dann ist es auch wichtig, dass eben dieses Logo da mit drauf ist, dieses grüne. Und es wird natürlich auch die üblichen Sticks geben für das Notebook. Also es wird alles das, was es bis jetzt für DVB-T gibt, später auch für T2 geben. Du hast es angesprochen mit dem Notebook, wenn ich unterwegs bin, bin ich mobil unterwegs. Das heißt, kleine Antenne und dann auch im Zug oder so oder muss ich stationär im Hotelzimmer, im Garten an der Isar sitzen? Also im Zug, glaube ich, wird es nicht funktionieren, weil der Zug relativ gut abgeschirmt ist. Es ist mehr tatsächlich für die Wiese, für irgendwo im Garten. Für die Europameisterschaft. Ja, genau, absolut. Da kann man nämlich dann die Fußballspiele in HD-Qualität sehen. Die Antennen sind unterschiedlich groß. Die ist jetzt nicht nur klein, weil sie für dein Notebook ist. Sie wäre für den Fernseher vielleicht auch nicht viel größer. Welche Antenne in welcher Größe braucht man wo? Muss man ausprobieren. Manchmal reicht wirklich eine kleine Antenne, je nachdem, wo man liegt, wie stark die Versorgung ist. Es gibt aber auch größere Antennen, die dann einen Verstärker mit eingebaut haben. Oder wenn die Versorgung ein bisschen schwach ist, kann auch eine Dachantenne helfen. Das heißt, Sie brauchen einen kulanten Händler und ich sage, ich nehme mal die Antenne mit, probiere es aus und wenn es nicht läuft, dann tauschen wir vielleicht nochmal. Wir haben eine Frage bekommen, Andreas, und zwar trotz DVB-T2-fähigem Fernsehgerät. Das hattest du schon angesprochen, dass es das gibt. Und bisher guten digitalen Empfangsverhältnissen kann ich keine HD-Qualität empfangen. Das HD-Symbol wird nur kurz eingeblendet. Das haben viele natürlich schon längst inhaliert und kommt automatisch. Man achtet gar nicht mehr drauf. Hier ist es aber nicht oft da. Das liegt daran, dass wir in Deutschland das modernste T2 haben. Und das ist ein kleines bisschen anders als das, was es bisher gab. Das heißt, es kann sein, dass es ein älterer T2-Standard ist, das, was auf dem Fernsehgerät drauf ist. Es muss wirklich DVB-T2-HD sein. Und nur dann, wenn es dieses grüne Logo hat, dann kann es das auch empfangen. Ältere oder Geräte aus Frankreich oder aus Großbritannien können zwar T2, aber die können unser System nicht empfangen. Frag Andreas. So heißt es ja auch bei uns auf Facebook immer wieder. Das wollte Herr Kern von dir wissen. Dein persönliches Fazit. Ich weiß, du schätzt das auch immer ganz für uns hilfreich ein. Vor- und Nachteile dessen, was da kommt. Toll, dass endlich das Antennenfernsehen auch HD kann. Ich finde es doof, dass jetzt viele hunderttausend Empfänger, die das Alte noch können, einfach DVB-T, dass die jetzt Elektroschrott sind und dass man die eigentlich wegwerfen muss, weil man mit denen nichts machen kann. Leuchtet ein. Seit März 2017. Vielen Dank für die Infos, lieber Andreas. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017